Ja, ja, wir werden schon wieder ganz harmlos, das nächste ist fast ein Kinderlied. Ist aber vom Christophersen, das ist ja mein heutiges Motto. So, halt die Temperatur, wo ist mein Falsch? Wo ist der Edlisch-Pender? Ein Prosit der Gemütlichkeit, ich danke sehr. Bitte, gerne. Es war ein kleines Frühstück Kaffeehaus, zwei Mieskübler trinken in ein Bier. Die Köhnerin wischt gerade in Bonhoff, da kommen zwei Geschroppen durch dir. Sie fragen, wie viel gekostet, zwei Zucker, wir haben nur fünf Cent miteinander. Die Köhnerin sagt rauf, das passt schon. Und drückt jeden fünf Zuckerl in die Hand. Mieskübler trinkt sie zu Köhnerin. Kaum worden geschroppen, draus bei der Tür. Die Zuckerl machen mehr als fünf Cent aus. Na, das passt schon, hören sie dann von ihr. Und draußen hat's blitzt und hat's tunert, wie wenn ein ganz schwerer Regen dreht voll. Auf das garne menschliche Wunder, sieht man großen Regenbogen streuen. Und sie trinken in Ruhe ihr Bier aus. Links geht hin und gehen zu dir. Sie ruft her, das macht nicht so viel aus. Das passt schon, sagen sie drauf zu ihr. Und draußen hat's blitzt und hat's tunert, wie wenn ein ganz schwerer Regen dreht voll. Oft ist gar ne menschliche Wunder, sieht man großen Regenbogen streuen. Und dann hat's blitzt und hat's blitzt und hat's tunert, wie wenn ein ganz schwerer Regenbogen dreht.